Das hier sind die Schneereste auf über 900 Meter, direkt hier auf dem Hohen Peisenberg in Oberbayern. Vor einer guten Woche war hier noch alles weiß, jetzt ist wieder alles grün. Logisch, weil jetzt im März hat die Sonne so richtig Power und im nahezu ganzen Land weht Frühlingsluft. Nicht überall ist es dabei sonnig, in der West- und Südhälfte halten sich viele Wolken. Regional regnet es sogar, doch selbst im Regen werden 14 Grad erreicht, mit viel Sonne örtlich über 18 Grad. In München ist der Himmel zwar bedeckt, bei rund 16 Grad zieht es trotzdem viele in den Biergarten. Es ist endlich wärmer, man kann tolle Sachen unternehmen, man freut sich in die Natur rauszugehen, es ist viel los. Hier im königlichen Hirschgarten gibt es jetzt erstmal ein frisches Maß Bier. Alles weitere zum Wetter, wie immer auf wetteronline.de oder auf eurer Wetter-Online-App. Ich bin Marco Kaschuba, Prost!